Ja, hi, ich melde mich hier vom Biergarten an der Brache, ehemaliges Zopp. Hier wird gerade der Zaun um noch mal ein paar Meter erweitert, ein höherer Zaun, schön stabil mit Schweißpunkten markiert und höher gestellt. Bis vor kurzem ging der Zaun, glaube ich, noch bis zu der Betonmauer, die da vorne ist. Und die Arbeiten zum, ich sag mal, Zugang zum neuen Querbahnsteiger schreiten auch gerade voran hier. Vielen Dank. Vielen Dank. Vielen Dank. Vielen Dank. Vielen Dank. Vielen Dank. Vielen Dank.